also dann ja was wollen denn heute fand ich unsere vision weiter alles klar dann dann lade ich erst mal ein du bist ja nicht oder ich bin online ich bin und du bist und da in mir in gloria ist bärcher jetzt kennst du kennst du kennst äh das war das klang wie die sonntaren die früchen genauso okay vielleicht kommt es da auch her aber das sagt reinhard immer das klang als als die sonntaren immer auf allem der eine wo dann ein paar folgern dabei war was leckt denn jetzt hier so fängt ja gut an und zieht auch cpu wie sonst was oder auch meiner cpu geht's gut ich hab mal zu mir in video optimiert ich habe trotzdem cpu hier fast durchgeht auf 100 okay ich sehe nicht die komplette auslösung ist hier nur was stream das verbraucht sorry ich hab halt hier so auf dem zweiten bildschirm das mini ding vom taskplan einstieg auf wo er nur die ball gar anzeigt alles klar cpu freut sich also daniel brauchst du noch lang oder ich lade wie immer also kann ich schon mal bei den javelin noch ein bisschen umfärben so lange habe ich jetzt auch nicht aber ich muss sagen das umfärben gefällt mir hier besser als in warframe okay die einfacher oder was nee du hast hier mehr optionen ach ja ich hab ja ne wow ich hab ja loot bekommen stimmt ja mit geht ja jetzt richtig ab hier wo werde ich das loot bekommen was finde ich denn wo finde ich denn denn hey wie wo findest du denn ich hab keine ahnung nee wir haben letzte war eine mission beendet und da haben wir ordentlich von der mission loot bekommen und ach so wo ich dachte irgendwie so besonderes aktionsteug oder so deswegen aber du von loot anfangst du gehst nicht von so zeug mitsch traum weiter jetzt hätt dir irgendwie ea hat was schenke genau ea verschenkt quatsch genau wir bezahlen wir quatsch ja auch mach mir hier oberstes premium paket von dem spiel ich hab kein zeit für das spiel auszugeben ja doch direkt ja gut deswegen hast du auch die höchst gekauft variante hier aber ich hab das nicht nur für ente doch doch was hast du nur für ente nur für ente du zahlst jetzt nur noch für ente weiter richtig jetzt diese blöde werkstatt ja da drüben war der button die schmiede ist ja keine werkstatt die gute werkstatt schon ewig her die gute werkstatt ach die werkstatt was will man ohne die mache richtig dann wer denn hier ist ja irgendwas brauchbares bei level 16 eröffnen sogar ich hab nicht so ganz sonderlich viel äh brauchbares schrotflinte ne schrotflinte ne kann man das gleich mal mitnehmen was das frettwerfen kann und ne schrotflinte ne schrotflinte im spiel benutzt was haben wir hier noch so die bemalungen passen alle nicht ne ich ne also die 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 mach ich so'n so'n wie ist das explosiv hier? hm? ist das explosiv hier? wer ist explosiv? ich warum? weil es ein sprengsiegel hier dabei ist löst mehrere flammenexplosionen im zielbereich aus ok jo was haben wir hier? wenn ich doch hier muss ich bleib einfach so ich krieg mich nicht schöner zu leid zu ja gut ist halt die obergrenze reicht von schön ja eigentlich wollte ich mal ein anderes outfit nehmen aber ich bin mit dem zufrieden da kann man nix machen das ist richtig so Daniel so gruppe erstellen ich bin schon dran dann mach mal mach mal schön das wir auch ein angebote tab hinzugefügt haben jetzt sieht man den store auch direkt hier schon im menü das hab ich gebraucht ja ich hab jetzt karte angebote sozialeinstellungen ja 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 ich hab jetzt noch ein update um hier so den tab einzufügen ja 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 ich wollte noch ähm du sagst kurz rausgehen was was jetzt kommt ein ladescreen das ist ja das ist ja fürchterlich ach du bist doch in der in der Schmiede ähm in der Schmiede muss laden um rauszukommen ich wollte hier ganz kurz wo waren da und hier language und subtitle text language darf ich die auf deutsch ne ok vielen dank ich glaube nicht ne das funktioniert hier glaube ich nicht so ich darf noch nicht mal hä bin ich hier falsch ne ich weiß nicht was suchst du denn ich will die sprache ändern äh das ist doch bei accessibility oder bin ich dumm ähm ich suchs grad selbst soweit ich das sehe darf ich die sprache nicht wechseln ich glaube das musste außerhalb einstellen also in origin heißt ich muss EA spiele jetzt auf englisch spielen ok kann ich mit leben kann ich mit leben ähm ja das sieht grad so aus ne ich würde dir sonst auch nix keine Ahnung ist 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 ok bin ready da ist da ist doch sprache und untertitel ja versuch mal was zu ändern äh versuch mal was zu ändern äh warum hab ich die zwei dinge wenn ich es nicht ändern darf richtig dankeschön hat so schön pfeil nach links und nach rechts aber auswählen was ne ne kannst du mal angucken kannst du nachgucken was die sprache das ist falls du nicht gemerkt hast ahhh was ist das denn für den Müll das ist N5 krass kriegst du auf die Sprachoption du darfst nix dran ändern ahhh mando man so was wir müssen wahrscheinlich ins freie spül mhm ich hab mich ein bisschen vorbereitet nämlich äh ich hab einen Kommentar bekommen der gesagt hat er hängt genau bei dieser Mission fest das ist schön und man muss nämlich im laufe der Mission Leute reparieren das ist eine der Prüfungen ach echt ok ja das heißt wenn es diese fehlt müssen wir wohl abwechselnd jeweils den anderen einmal kaputt gehen lassen und dann wieder aufheben ach gegenseitig heilen ok ja das zählt mit das kann man einfach farmen waiting on you ich hab doch tausendmal ready gedrückt was ne ich hab doch schon eine Mission ausgewählt überfällig das ist was anderes ich will doch so einen Landpunkt auswählen ne das hast du die Mission auswählt wir haben gar keine Mission doch überfällig das war nicht die Hauptmission aber man hat die auf einmal hergekriegt hä warte ne was wo war die Hauptmission nochmal ja die Hauptmission ist dass man diese drei diese Gräber da im Openplay finden müsse haben wir die noch ja ich steh ja noch da überfällig ist irgend so ne Nebenmission die jetzt hier plötzlich ist spüre den vermissten Läufer auf ne dann wähl mal so ne Landeplattform ja deswegen meinte ich ja ich versuch grad die Plattform die zeigte mir grad nicht dann nimm doch diesen einen Strider ja jetzt so jetzt hab ichs jetzt jetzt muss ich wieder ready drücken ja darf sich da aber ready sein muss ich mal wissen was auf der Mission dran ist es ist mir aber vollkommen egal ich will einfach nur spielen übrigens ähm sollte uns dieses Grinden zu eintönig werden ja können wir auch wieder andere Missionen machen ja mal gucken wie es läuft sonst nehmen wir noch ein paar Nebenmissionen an und hoffen dass wir es nebenbei mit erledigen ich glaub das geht ist möglich echt? sollte gehen echt? die Mission ist glaub ich durchgehend aktiv heißt wir könnten jetzt auch einfach Nebenmission machen ja ähm ähm warum genau machen wir das nicht? kann auch hätte ich doch die Missionen nehmen sollen die nach oben fliegt ist glaub ich ein bisschen zu spät dafür jetzt ist zu spät dafür richtig jetzt hab ich dann den Pladebalken schon halb durch also jetzt bring ich nicht nur mal ab na ne balken na ne balken da muss ja leider balken ich würde sagen muss man langsam mit dem Sch… ach ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich lass doch 8 auf 5 Prozent ich bin da der nutzt die Platte auch noch nicht mal vollständig aus hier ist ganz schön wittlich die passiert was? ähm Was? Was für... Er hat irgendwas von Tarsis erzählt und wenn es erledigt, tut das irgendwelche... alle Grabbestätten auf einmal öffnen. Was? Ich hab nicht zugehört. Ich hab keine Ahnung. Irgendwas von Tarsis. Ja, Tarsis ist doch die Stadt. Hä? Ne, die Stadt ist fort... Tarsis. Wo? Ja? Worauf genau wollten sie hinaus? Fuck you. Ach so. Darauf. Seh ich hier, welche Tops wir schon fertig haben? Ja, die, die dich mal angezeigt werden sollen, ich weiß. Das ist ein Argument. Ne, gar nicht, wir werden noch alle vier angezeigt. Also auf der Map. Nur... Das sind ja glaube ich fünf ins Gesund. Ne, wir brauchen jetzt noch drei. Wir brauchen einen Ivenia, Artilia, Artilia und Gavnis. Gehen wir zu dem, was am nächsten ist. Dass wir die Requirements nochmal sehen. Ähm, du kannst auch einfach... Ich weiß nicht, man konnte doch... Ja, keine Ahnung, ich trau dir nicht, weil die irgendwie teilweise unterschiedliche Sachen angezeigt haben, lustigerweise. Alles klar. Bei Fuß. Bei Fuß. Bei Fuß. Bei Fuß. Bei Fuß. Wo war das denn? Ich hab wirklich... Man kann immer noch keinen Wegpunkt besitzen. Richtig. Warum auch aus Updates lernen. Open Map Game mit Karte, noch keinen Wegpunkt. Den brauchen wir schon. Brauchen wir nicht. Merk dir, Felix, wo's lang geht. Richtig. Müsste ich hier irgendwo sein? Ne. Au, heiß. Du checkst den falschen. Verdammt. Das ist nicht der Nächste. Glaube ich. Das wird ja... Ähm... Äh... Jetzt aber ich hab dich aufgehängt, dann hab ich dich. Hä? What? Oh, ich glaub, der Anthem hat sich jetzt schon aufgehängt. Jetzt schon? Das ist doch ein Witz. Du warst übrigens doch richtig. Ne, ich will echt beschweren. Der Anthem ist jetzt schon kaputt. Jetzt ist eh egal. Anthem hat sich ungefähr verabredet. Läuft, läuft, hab nie Lust. Pass auf, dass es nicht deine Playstation kaputt macht. Jetzt mach ich jetzt gleich die Playstation kaputt, ey. Ich hab auch mit C, aber trotzdem die Playstation kaputt. Ja. Du nimmst einfach deine Maus und schmeißt die in die Playstation aus. Aus Wut. Ja. Ajo. Ja, das ist mal cool, dass ich das kacke jetzt mal wieder zu krieg. Das fängt super an. Ist ja lustigerweise auch ne Challenge, das ging aus. Echt? Hast du dich schon bestanden? Ne. Ja. Dann läuft sie immer noch so extra hin, kurz dass du mit Abschiesung musst. Ich geh das nie wieder zu. Chef Ron Stopped Playing Anthem. Ja, 20-20. Was sag ich nochmal laden? Gell. Ah. Sollen wir vielleicht neben Missionen machen? Ich hoffe, die laden besser. Wieso lädt er denn nicht? Ich hatte grad minus 3 Schüsse im Magazinbad. Ja. Kann ich einfach die Missionen aborten irgendwie? Äh, ja. Wie denn? Irgendwo mit Escape in dem Menü kannst du die Gruppe verlassen und nicht sowas. Muss ich dafür Out of Combat sein? Ich glaube. Oh. Oh, das ist ne Schatzkaste. Ich seh's grad nicht. Keine Ahnung. Erklär mir das doch mal, Mann. Ich würde ja nachgucken, aber ich weiß ja auch nicht. Erklär mir das doch mal, Mann. Ich kann's mir auch nicht erklären, ich seh's grad nicht. Soll ich meine Sitzung joinen oder soll ich mal ne neue machen? Ne, ich geh jetzt nach Hause. Keine Lust mehr. Mach ich ne neue. Ich brauche jetzt kein Inventory Tutorial. Doch, 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 doch. Hier, end Freeplay. Das ist doch alles behindert. Oh Mann, die Aufnahme war doch erst angefangen. Wozu geht denn nix? Weil das Enfamous. Oh Mann, oh Mann. Also ich muss nicht mal versuchen, einen Point zu proven. Das Spiel ist einfach schrotten. Das stimmt doch leider, keine Ahnung. Wir haben grad erst angefangen und wir sind schon bis zum Kopf in Bugs untergegangen hier. Wir sind jetzt schon fertig. Komm, komm, wir gehen einfach Warframe spielen. Hätten wir am Ende echt mehr Fass mit als mit dem Kack hier. Wir können auch Warframe aufnehmen von mir aus. Was, Warframe aufnehmen? Ich weiß nur nicht, wie wir das verpacken. Weiß ich genau. Wie willst du das gerade verpacken? Vielleicht einfach random Warframe Session. Geht wohl. Da kriegt man dann auch Zuschauer zu einladen. Ich lad dich jetzt erst nochmal hier ein. In guter Hoffnung. Ich hab 50 XP bekommen. Wow. Aber ne 16er Pistole, das ist doch... Nein, ich will das nicht salvagen. Schön, dass du Content kriegst. Expedition Ende. Äh, Overwatch. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Dann schützt du bei der nächsten Mission Nummer ab. Ich hab neue Komponenten bekommen. Jo, du kriegst gerade Kack jetzt. Huchschi, du wolltest nix gemacht hast. Mensch. Ich bin zumindest nicht abgestürzt. Ich stürze jetzt ab und du kriegst den ganzen Loot. Ja. Ich habe nur ein Wunderschön. Ich bin wirklich gut nachdem. Ich bin schon mal ein Wunderschön.